Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder bei mit Theo. Hallo. So. Bin schon gespannt, was ich bin. Wie viel Prozent hast du? 19% Mörder, 7% Detektiv. 1% Mörder. Nicht sagen, was du willst. Okay, wir sagen nicht, wer das denn ist, damit es spannender wird. Natürlich. Tot. Echt jetzt? Nö. Achso. Sorry. Ja, also, es ist ein bisschen komisch jetzt, während man spielt, jetzt noch zu reden, dass es nicht so langweilig wird. Für dich, der da gerade schaut. Wenn überhaupt jemand dieses Video schaut. Ähm. Gar keiner. Ja gut. Ja, das wäre traurig. Ähm. Kann aber halt wirklich sein, ne? Auf jeden Fall, ähm, müssen wir jetzt ein bisschen reden. Äh. Ja, da redet auch mal, was alles auf den Kanal kommen wird. Ja, auf meinem Kanal. Also, ich bin's, der Theodoros. Ich mach hauptsächlich mein Koch-Redstone-Tod. Und ab und zu mal Survival vermutlich mit dem Joseph Craft. Ja. Und, ja. Mehr macht sich eigentlich auch nicht hüten. Und da ist meine Leiche. Äh, deine Leiche. Ja, dann hast du's. Ich schau dir mal zu, dann. Ja, dann. Make this. Schauen wir mal, was hier so los ist. Oh, hier ist noch ein Slime. Oh, hier ist noch ein Slime. Slow Mountain ist collapsing. Also, äh, schlägen. Oh, schlägen, schlägen. Oh, hier will ich mir gerne mit Schnibbeln. Schnibbeln. Was willst du eigentlich? Scheiße, Steve. Kann sie nirgends geläusten. Nur eine Stimme. Stimme, aber. Sparrenheim. Ich stehe mir dann an den Leuten. Nichts gut. Irgendwelche, irgendeine Spannung muss kommen. Irgendwas muss passieren. Es lebe ja noch sieben Unschuldiger. Who is murder? Fragezeichen. You, no. I'm not murder. Oh, aber tot. Ich bin so tot. Juhu. Noch ein neues Glück. Yay. 2% Mörder, 8% Detektive. Und let's go in die zweite Runde. Das Spiel beginnt. Let's go. Zweite Runde. Oh, was Glück. Ey, nicht so. Oh, ups, habe ich ja gesagt. Das sage ich auch. Ich bin auch unschuldig. Vielleicht lüge ich aber auch. Ja, vielleicht bist du ein Mörder. Oh, hat er eine übelste Kuhenskin. Der ist cool. Denn zwar heißt der... Äh, keine Ahnung. Was? Das Server leckt gerade so arg, dass man hier die Falltüren runterklappen kann. Ah, ich habe zwei Leute umgebracht mit der Falle. Bist du Mörder? Nö, ich habe zwei Leute umgebracht mit der Falle. Guck mal. Hier. Ich weiß nicht, ist das normal, dass man hier die Falltüren runterklappen kann? Äh, ja. Echt? Kann man das schon immer? Oder ist es nur wegen einem Server-Leg? Ich glaube, das kann man immer so. Ha, da hat ein Fortnite. Ha, da hat ein Fortnite-F auf dem Rücken. Und tot, und gewonnen. Ja gut, nächste Runde. Neue Runde, neues Klinik. So, drei Prozent Mörder. Oh, oh, was ist das? 23 Prozent. 23 Prozent? Nächste Runde. Ich glaube, dass du ja mal bist. Dann waren alle jetzt ein bisschen langweilig. Oh, mehr Spannung. Mehr Content. Besserer Content. Wir müssen auf die tausend Abos kommen. Also wir werden uns schalten können. Und 4000... 4000 Nuten Watchtell bekommen. Ja. Und ich glaube, auch wenn dieses Video rauskommt, müsste, glaube ich, mein erstes Video auch rausgekommen sein. Ja, hoff ich zumindest. Und bei mir lagts grad? Ja, das ist jetzt ja mein erstes Video. Ich hoffe, irgendjemand liked das Video. Ja, das war eine Anspielung an dich, der das hier gerade guckt. Bei mir lagts. Oh, jetzt geht's wieder. Ja, wahrscheinlich wegen der Aufnahme. Ich dachte, die Aufnahme lagts mehr. Oder wegen meinem Schrott-PC. Der vielleicht zwei FPS pro Stunde schafft. Nein, der dein PC ist gut. Hallo, da bist du. Oh, jetzt geht's wieder. Ja, ich sehe dich, du fliegst da. Oh, ich habe Nachtsicht bekommen. Juhu. Ich habe viel Gold. Fünf Gold. Ich hoffe, die Aufnahme lag bei mir nicht so. Oh, ich sehe einen Mörder. Hinter dir. Hinter dir. Pass auf. Der ist nicht. Guter Stief irgendwas. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, wenn. Okay, bin tot. Okay, dann. Ich lebe noch. Na, Runde neu ist. Ich lebe noch. Ja, es ist mir egal. Ich habe jetzt einen Cut gemacht. Weil du bist mein, meinen Zuschauern, meine Zuschauer, keine Ahnung, wer das überhaupt immer kommt. Irgendwie interessiert, ob du tot bist oder nicht. Ich werde ja nicht kappen, wahrscheinlich. Ah ja, Hilfe. Ich mache schon Cut. Okay, du bist tot. Ah. Die Runde ist es. 51% Mörder. Ja, so wie lange ich noch nie. Die Runde ist auch noch nicht voll. 41, 24, 20, toll. Danke. 3% macht das gerade komplett aus. Und. Okay. Weiter geht's mit der nächsten Runde. Oh, wir sind im Gewächshaus. Oder was auch immer das ist. Das ist mein Lieblingszug. Oh, ah, tot. Bekämpfete. Hey, ich bin runtergefallen. Woohoo, da wäre er mal wieder eine super Leistung von einem Jusokraft. Abonniert ihr nicht. Er kann nichts. Doch, abonnier den. Like, sein Video. Lass ihn auf. Oha. Steinskin. Er macht 4000 IQ Play. Für den Steinskin an der Steinwand. Du verklemmst dich hier. Ich auch. Oh. Ein bisschen auffällig, was Rutes und dahinter was Weißes. Nein. Ihr seht doch nicht auffällig hier hinten drin. Nein. So, dann krieg ich mal andere zu. Ja. Die Blätter bewegen sich. Da kann ich mal durchluschern. Aber wirklich viel sieht man da auch nicht. Schade. Ich zog. Musiko. Spannung. Hier, wir sind in die Pugel einbringen. Oh, ein geheimnisvoller Trank. Und ich hab grad den Gold. Oh, hier sind schon einige Leichen. Okay, ich bin tot. Nächste Runde, der nächste ist. Neu ist nicht nächstes Glück. Nochmal. Immer wieder ein Cut gesetzt. So ein bisschen ungewöhnlich. Also bei mir. Josef, Kraft. Ähm, cuttest du eigentlich? Hm. Aber ich glaub, du kannst mich auch bei deinem... Ja. Also das heißt, man sieht alles, was du nach dem Cut sagst. Hallöchen. Ja, ist mir egal. Ja, ähm, neuer... Aber der Theodorus 200-0, du kannst ruhig mein Name sagen. Ich heiße Dominik übrigens. Ja. Wahrscheinlich wissen, dass alle deine Zuschauer, weil sie dich auch privat kennen. Mein ganzes von mir hat mich nur abonniert. Aber trotzdem noch an alle, mein Name ist Dominik. Und der da heißt... Ja, mein Name ist... Mein Name ist Theo und ich Theodor auch... Frag mich, wie ich auf den Namen gekommen bin. Theodor 2-0. Dann wär das auch mal geklärt. Weißt du, was ist richtig... Oha, ich hab dem seine Schnipel eingesammelt. Es ist, wer hat richtig, bitte, wenn ich jetzt so die Aufnahme richtig verkacken und meine Katz falsch setze. Ja, bitte. Also bei mir kann man ja dann alle folgen, alles sehen, was du dann nach dem Cut sagst. Ja. Wer weiß, ob ich dieses Video überhaupt hochladen werde. Wenn ich zu stark verkacken, lade ich es nicht hoch. Und ich nehm alles nochmal neu auf. Böp. Oh, hier. Ich bin gespannt, wie das Video wird. Oh, jetzt ein Leiche. Ich geh weg. Oh, ach ja. Ich bin wirklich. Drück. So. Ich seh dich. Hallo. Ich hab 14 Schneebelle. Gut. Ihr bricht den. Hahaha. Ehehe. Juhu. 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 irgendwas ist er überhaupt noch das war es bei mir mit diesem video ich habe ich mal nicht noch weiter geht aber von mir war es das mit diesem video ist dann tschüss